Musik Letzte Vorbereitung für Ulrike Müller Die Allgäuer Landtagsabgeordnete der Freien Wähler ist heute zum ersten Mal dabei, als Rednerin beim wichtigsten politischen Schlagabtausch in Bayern. Den politischen Aschermittwoch. Als Rednerin ist mir dann natürlich schon aufgeregt. Abends bin ich dann etwas zappelig ins Bett gegangen, ist ja logisch. Aber ich hoffe, das legt sich dann, wenn man erst mal fünf Minuten am Rednerpult steht, dann geht es meistens besser. Ich glaube, eine gewisse Spannung muss auch da sein, sonst kann man keine guten Reden halten. Und das wird mir hoffentlich gelingen. Ich wünsche es mir wenigstens. Knapp 1500 Menschen sind heute nach Deggendorf gekommen, um live dabei zu sein, wenn die Freien Wähler die Staatsregierung in die Mangel nehmen. Musik Kurz nach 10 Uhr, Einmarsch der Freien Wähler. Fast die gesamte Landtagsfraktion ist heute zur Unterstützung mit dabei. Musik Feuertaufe für Ulrike Müller. Unser Land braucht dringend neue Ideen und einen neuen Politikstil. Dafür setzen wir uns im Bayerischen Landtag ein. Danach kommt aber der Mann, auf den alle gewartet haben. Hubert Aiwanger, Vorsitzender der Freien Wähler Landtagsfraktion. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir sind zukunftsfähig. Wir haben junge Bürgermeister, wir haben Kommunalpolitiker, wir haben junge Freiwähler, wir haben Menschen, die mitmachen wollen. Und ich muss jetzt schon einen kleinen Seitenhieb loswerden, wenn in Passau wieder der Archäopteryx aus Wolfrathshausen, wenn der Archäopteryx aus Wolfrathshausen diese CSU wieder aufrichten soll, dann muss ich sagen, dann müssen Sie ja ganz schön am Boden liegen. Vor ein paar Jahren haben Sie ihn abgesägt und jetzt holen Sie ihn zurück, weil Sie selber nicht mehr weiter wissen. Es geht darum, die Themen zu erkennen, die Themen rechtzeitig richtig zu setzen. Und da haben wir vor ein paar Jahren gewarnt vor der grünen Gentechnik. Schwarz-Gelb hat es noch ins Parteiprogramm geschrieben und in den Koalitionsvertrag. Wir haben gewarnt vor dem Transrapid und haben dagegen Unterschriften gesammelt. Sie haben gesagt, ohne dem geht Bayern unter. Jetzt ist der Transrapid Gott sei Dank beerdigt. Wir haben gesagt, wir müssen die Gewerbesteuer erhalten. Sie wurde im Koalitionsvertrag abgeschrieben. Wir haben gesagt, wir brauchen keine dritte Startbahn die nächsten 10 bis 15 Jahre, meine Damen und Herren. Und jetzt zeigt sich auch auf diesem Feld, dass sich der Wind dreht, dass es jetzt plötzlich heißt, ja, man will mal drüber nachdenken. Und selbst der Flughafenchef Kerklo sagt, 2025 wäre realistisch. Derzeit braucht er die dritte Startbahn gar nicht. Meine Damen und Herren, wir haben glasklare politische Botschaften und Positionen. Und die werden wir durchdrücken, ob mit Rot, Grün oder Schwarz. Das ist uns am Ende egal. Und wenn wir hier zu viele Federn lassen müssen, inhaltlich, dann bleiben wir genauso gern in der Opposition. Aber es geht natürlich darum, die richtigen Themen auch durchsetzen zu können. Und wir werden uns am Ende wahrscheinlich entscheiden müssen, zwischen einem der beiden Lager, um irgendwas Schlimmeres zu verhindern. Aber ich garantiere Ihnen heute schon an dieser Stelle, wir sind dann der Fels in der Brandung, wir sind das ausgleichende Element der Mitte, dass weder rot-grünes Konfetti noch schwarze Suppe die Oberhand bekommen würde, sondern ganz vernünftige Freie-Wähler-Politik der bürgerlichen Mitte, egal mit wem wir kooperieren müssten, wenn es denn so weit kommt. Und wir garantieren dafür, dass wir weder gesellschaftspolitische Experimente auf der einen Seite noch eine Fortsetzung von Filz und Größenwahn auf der anderen Seite unterschreiben werden. Standing Ovations für Aiwanger. Gute Stimmung auch beim Publikum. Das war die beste Aschermittwochsrede, die Hubert Aiwanger je gehalten hat. Wirklich toll. Ich finde es echt super, vor allem unser Herr Aiwanger. Also es ist ganz toll, was der immer zu sagen hat. Es war eine ganz schöne Veranstaltung. Also der Herr Aiwanger, der hat das alles wiedergegeben, was ich selber unterschreiben hätte können. Alles auf den Punkt gebracht. Genau die Themen, die wir Freien Wähler seit Jahren ja vortragen. Und ich hoffe, dass wir das alles umsetzen können. Ich habe schon mal schon zu Uli Müller gesagt, die war ja relativ ruhig. Ich denke mal, wie machst du das? Ich habe gezittert letztes Jahr, dass der ganze Tisch gewackelt hat. Und sie war so scheinbar so völlig entspannt, in sich ruhend. Das ist bewundernswert, so etwas muss ich sagen. Eine gelungene Veranstaltung. Ein super starker Hubert Aiwanger als Redner. Also was Besseres kann einem nicht passieren. Und die anderen sind im Grunde eigentlich so von den anderen Parteien an die Wand gespielt. Also so können wir gut weitermachen. Das ist einfach klasse. Unsere wirklich Koryphäe Hubert Aiwanger ist einfach genial, dass er ohne Zettel, ohne Manuskript genau die Dinge bei Namen nennt, aber auch genauso die anderen Referenten. Und unsere Ulrike Müller, ich freue mich besonders, dass sie da gesprochen hat. Die Reden haben mir natürlich gefallen, weil sie sehr pointiert waren, ohne beleidigend zu sein, also ohne Polemik zu verbreiten. Es gehörten natürlich auch ein paar Schlagworte dazu, das erwarten wir. Was mir gefallen hat, dass auch eine Frau gesprochen hat. Und wir haben wieder den Beweis angetreten, dass sich Intelligenz und Hübsch nicht ausschließt. Sehr gut hat es mir gefallen. Es waren sehr viele freie Wähler da. 1.500, tolle Reden, tolle Stimmung. Es wird toll in 2013. Und Ulrike Müller ist froh, dass sie ihre Feuertaufe so gut überstanden hat. Es war eine wunderschöne Stimmung. Die Menschen tragen einen mit. Und dann kommt man auch leichter zurecht in dem eigenen Redetext. Es war ein schöner Auftritt, hat wunderbar geklappt und viel Spaß gemacht. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020